hey willkommen zurück fragen stock wieder her schön dass ihr wieder dabei sein ich hoffe ihr seid gesund und ja ich stelle euch heute meine top 5 davidoff dürfte vor so davidoff gibt es ja schon seit den 80ern glaube ich früher nicht glaube 80 oder ende der 70er auf jeden fall mich begleiten die dürfte von davidoff schon sehr sehr lange und ich stelle euch heute mal meine top 5 vor und die ich am liebsten habe also meine persönliche das ist meine persönliche meinung und ich hoffe euch gefällt dieses format und dann könnte ich das eventuell auch mit anderen marken machen so wir fangen mal mit platz 5 an und platz 5 ist cool worte in tans ja das ist ja der so genannte süße cool worte ich mag ihn wirklich sehr sehr gern da hat auch eine super halbbarkeit von über zehn also bis zehn stunden das muss man sich mal vorstellen und das ist ja heutzutage vor allem von davidoff nicht unbedingt gang und gäbe aber er ist wirklich sehr sehr nice wie ich immer so schön sage ja frische süße im endeffekt richtig cool und man darf ja nicht vergessen dass david auf dem preis her jetzt nicht unbedingt so teuer ist grüne mandarin kokoswasser sind hier drin man nimmt das kokoswasser auch war einfach das frische kalte kokoswasser also das entspannt und kühlt schon cool im sommer obwohl er wirklich er ist schon süß und aber das macht das irgendwie ja auch spannend ehrlich gesagt und mir gefällt da wirklich sehr sehr gut dann kommt der amber und mehr ist auch nicht in diesem duft drin geil absolut geil und noch mal er kostet nicht viel ne davidoff geht ja irgendwann am anfang kostet er ein bisschen mehr aber dann geht damit auf runter mit den preisen und ich finde es wirklich also wenn man so eine qualität hat was in mainstream angeht was für den preis angeht und was die halbarkeit angeht ist das unschlagbar wirklich geil es ist im endeffekt ein süß frischer duft und er ist auf platz fünf es gibt natürlich noch ihr wisst ja also ich stelle euch ja jetzt nicht top 10 vor einfach weil fünf ist noch ein bisschen schwieriger für mich schon aussuchen und dann macht es auch nicht so einfach weil ich könnte jetzt auch zehn david auf vorstellen dürfte vorstellen da wäre es aber wieder ja das ist in dem fall ist da die top 10 nicht so interessant war aber top fünf auf jeden fall cool water intense auf fünf so auf platz vier kommt das klassische cool water ja das kennen wir mit dem duft fing auf youtube auch bei mir alles an vor inzwischen ist das auch schon fast zwei jahre her glaube ich und in der zeit habe ich sehr sehr viele videos gemacht also für leute die das erste mal hier sind bleibt hier drückt die glocke und schaut meine ganzen anderen videos an ihr findet ihr ja ich denke mal sehr viel was ihr ja sucht und so weiter und so fort cool worte auf vier jahren das ist im endeffekt der frische was die süße weg ja einfach frisch allerdings synthetisch frisch nicht mehr so wie früher grün muss ich würzig frisch das gibt es nicht mehr ich habe die vintage version auch noch da hinten ich habe die jetzt aber hier vor der kamera weil um die geht es die vintage version geht gibt es nicht mehr sorry und ja also es ist wirklich synthetisch aber vielleicht auch ein bisschen stechen aber es ist cool worte kühl frisch und ihr kennt ja die werbung wenn paul walker oder scott ist wo da ins wasser springen so ist auch der duft und es ist ein klassiker was wollt ihr mit da kann man ist wie falsch war und das sind 125 ml und den kriegte schon hinterher geschmissen ja ich werde die dürfte und so gut wie es geht verlinken schaut rein und ja im endeffekt richtig geiler duft koriander lavendel minze das beinhaltet der duft im endeffekt sind hier sehr viele inhaltsstoffe drin und aber man nimmt eigentlich nur richtig die frische war rosen geranie rohli also die rohli jahren die rohli nimmt man ein bisschen im hintergrund war aber rosen geranie und all sowas eigentlich nicht wirklich es ist einfach ein kühler frischer duft der seit ewigen zeiten dabei ist und ja er wird wahrscheinlich auch die nächsten jahre da sein aber moos beziehungsweise eichen muss es hier drin inzwischen ja kein echtes mehr aber ja wer was günstiges sucht was frisches was abkühlt fürs büro und so weiter ist bei diesem duft wirklich gut bedient und er eckt nicht an und er kriegt tatsächlich noch komplimente cool worte auf vier so platz drei jahr platz sei es der klassiker davidorf ja leider nicht mehr dabei und den muss ich aber vorstellen weil er ist eben unter den top 5 und zwar auf platz drei das ist einfach ein old school duft ja wie ein buche steht noch nicht gekippt bei mir noch mal bei mir ist noch nicht ein duft gekippt aber man muss diese dürfte mögen als es ist wirklich ein richtiger old schooler sein ich weiß gar nicht dass sein erstes glaubt sein erster und das ist auch noch made in forms paris steht dann oder auf bei davidorf also das ist der wirklich von davidorf noch kreiert worden ist nicht von lankester und auch nicht von kudi dann kudi soll die sogar auch glaube ich noch gemacht haben aber kudi ich will kudi nicht sagen dass wir da jetzt immer schlimmer lankester hat das noch gut gemacht genau wie bei job aber das ist hier noch die ganze davidorf version ja sehr sehr geil 50 ml ja ist noch ein bisschen was drin aber ich muss auch langsam mehr benutzen irgendwann riecht man das schon dass sie älter werden und aber hier ist einfach das ist einfach ein old schooler wie ein buch steht zitrone bergamonte bei fuß ja man merkt einfach das würzige krautiger anfang schon basilikum natürlich auch und das ist die kopfnote gleich basilikum da könnt ihr euch vorstellen um was für ein duft es sich handelt wer die noch nicht kennt das ist natürlich ein schmuckstück da müsst ihr schon wirklich geld für hinlegen in meiner facebook gruppe ich habe auch eine facebook gruppe da hat ihn einer letztens auf dem flugmarkt geschlossen für zwei euro glaube ich ja herzlichen glückwunsch der hat wirklich glück gehabt weil ihr müsst da schon fast über 150 euro ausgeben und noch mehr jasmin iris garten nelke ach mann alles was somit auf blumigkeit moos eichenmoos natürlich ist hier beinhaltet also ein richtig schöner alter duft in endeffekt würzig grün so so muss durch den durch vorstellen würzig grün biebergei kommt noch leder eichenmoos sehr geil david auf so eine dürfte jetzt leider ja ich denke nicht dass es es gibt ja also viele trends gehen ja wieder zurück also in die 80er und so weiter aber ich glaube diese dürfte erst mal nicht mehr also wenn ihr die findet ja dann schlag zu david auf drei so auf platz zwei kommt ein holzig würziger durft ja und da gibt es auch zigarren von und die zigarren sind wirklich auch gut das war einfach ein trend früher nehmen ich glaube ja ende der 80er in den 90ern zwar zino davidoff es war für mich ganz schwer zu sagen welcher ist besser jetzt eins oder zwei zino davidoff auf zwei und das ist ja leider was ich bemängel an diesen duft es ist natürlich auch genial man darf nicht vergessen ja er ist günstig wirklich wirklich günstig wenn man den kriegt 14 euro 125 ml er wird rausgeschmissen das ist schön wenn man es kaufen möchte ich habe drei vier flakons von diesen duft bevor er eigentlich eingestellt wird es war ja mal das gericht eingestellt nicht eingestellt eingestellt nicht eingestellt und so weiter und so fort ich habe keine ahnung jetzt aber eingestellt ist oder nicht whatever auf jeden fall sehr geiler durch einer der geilsten erinnerungen von früher und wie gesagt den habe ich früher auch schon getragen also auf einer hinsicht finde ich schade dass er so günstig ist das ist ein cool durft und der wird raus geschmissen für günstiges geld so noch mal es ist geil wenn man ihn für so günstig bekommt aber schön ist es für diesen duft eigentlich nicht weil dann denkt man viel den gibt es ja inzwischen auch habe ich auch schon gesehen bei rossmann okay also war eine weile bei rossmann ich glaube jetzt nicht mehr aber oder was auch immer müsst ihr gucken ich werde ihn trotzdem unten verlinken es ist wahnsinnig für so ein duft weil das ist wirklich ein richtig geiler duft bergamot der lavendel das macht es diesen duft auch vor allem der lavendel so ein richtig schokoladenartiger lavendel so nehmt ihr diesen duft wahr sehr geil also das ist schon niederknien dieser duft zino da wir doch und dann schön sitzen draußen denn der zino zigarre rauchen smoken wirklich nice rosengarn jasmin maiglöckchen könnt ihr euch ja vorstellen wie dieser duft auch aufgebaut ist ich könnte euch natürlich hat auch viele inhaltsstoffe alle vorlesen dann könnt ihr euch also es ist schwer immer es ist auch nicht leicht immer dürfte so vorzustellen vor allen dingen ihr wollt sie ja auch haben und es gibt wirklich leute die kennen diesen duft noch nicht so und es gibt oder die leute die es gibt die die muss man einfach zu diesem duft bringen er soll weiterleben ich finde es schade wenn der aussterbt wirklich wirklich das wäre wirklich sehr schade dann aber patchouli sandelholz und das ist einfach der patchouli durften mit nachher in drei deutschlecht hin ich muss noch mal sprühen das ist das ist wieder herrlich habe ich noch lange nicht getragen aber ja halbarkeit sowie ach so dass da wie dorf das normale hält natürlich nicht mehr ganz so doll fünf stunden vier fünf stunden müsst ihr nachsprühen der es immer verschieden deswegen sage ich da nicht zu bei jedem manche sagen der hält wirklich noch neun stunden manche sagen der hält eine stunde und ich muss euch sagen ich hatte die vintage version die vintage version ich persönlich und die war nie kaputt weil ich das weiß und es gibt nicht so einen wirklich großen unterschied zu der aktuellen so oder zu denen die ich habe es wird ja wahrscheinlich laufen auch viele patches rum aber also sagen wir mal so vielleicht war ein tick stärker ein bisschen tiefer ja klar aber das war es dann auch und dafür aber 14 euro oder 180 euro auszugeben naja das ist so ein ding und dann muss ich noch finden dann darf er nicht gekippt sein und da kommen wir ja immer wieder dazu da müsst ihr wirklich aufpassen das könnt ihr denn nur bei ebay holen und ja vanille und zeder kommt dann auch noch in dry down sehr sehr geil ziehen und da wieder auf auf 2 so noch platz eins ja da wieder auf relax da kommt einfach keiner vorbei auch den gibt es nicht mehr das ist ja ja was soll ich ich will eigentlich gar nichts sagen das ist so ein geiler duft da wieder auf relax das sind es gibt auch nichts ähnliches es gibt ein dubs ich spreche nicht gerne über dubs das wisst ihr es gibt aber außer für die die es nicht mehr gibt also eklat glaube ich oder wieder laden heiß weiß ich nicht macht den gut nach den habe ich mal von einem kumpel bekommen den habe ich auch deswegen weiß ich dass allerdings haben die ihre düfte reformuliert auch er soll nicht mehr so gut sein und ja dann wird es da auch schon schwierig aber irgendwo findet man ihn keine ahnung ich habe den original auch und das ist einfach ein traum duft es einfach so nice und dieses grüne süßliche leicht ist sich so geil weggezogen bergamonte lavende zitrone man es ist so geil es ist man kann diese düfte von früher einfach nicht schlecht reden und man kann sie auch euch für die leute die jetzt nicht so alt sind und die das heißt nicht so alt sind also die einfach diese düfte noch nicht kennen oder nicht kennengelernt haben ist es schwer diese dürfte wirklich vorzustellen und zu sagen leute seid da mal hinterher weil sie sind eben auch nicht günstig und wie gesagt aufpassen muss man und so weiter und so fort anis gardenecke und so weiter was da alles drin ist dieser duft besticht einfach es ist einfach ein grüner entspannter süßlicher duft heult sich auch es ist hier ich kann es ist traurig ich schwebe ich kann es immer nicht ganz verstehen aber auf einer hinsicht dann doch schon weil wenn es früher die inhaltsstoffe es fing ja irgendwann mal an dass die inhaltsstoffe geändert werden müssen wegen krebserregen und so weiter thema krebserregen und dürfte und so weiter ich bin der meinung was da jetzt drin ist ist nicht besser als früher es ist nicht besser auch noch nicht schlechter aber die wollen sollen mir nicht erzählen dass das auf einmal dass man das in den mund springen kann kann es nämlich auch nicht es ist immer noch in manchen dürften in einen bestandteil drin der krebserregend ist nicht in jedem aber in einigen so und deswegen ja also was soll man dazu sagen ich finde das alles ein bisschen strange und natürlich kann ich ihn verstehen da wird auch hat gesagt okay relax ist so gut ich werde den gleich vom markt nehmen weil ich werde ihn nicht verwässern weil das ist doch klar du denkst einen duft aus und muss schon ein zwei teile ändern die es vielleicht ein bisschen ähnlich riechen aber der erste punkt dass der erste duft der hier den er kreiert hat der ist weg das ist also nicht mehr das original und dann kann ich verstehen dass er sagt genau wie hier den hier auch gleich eingestellt worden der wort nicht groß reformuliert weil es dann einfach nicht mehr das ist so es ist einfach der nicht mehr das original und deswegen ja wenn das jetzt ist es kommen die kommen nicht wieder und deswegen eichen muss patchouli ist ja auch noch drin und so weiter also relax ist auf 1 und ja ich habe mich ein bisschen fest gesappelt das sind einfach so ich kann mich einfach immer fest haben wenn es um uns gut dürfte die geht sorry gibt geht mein gott geht und es ärgert mich auf einer hinsicht und aber was soll's man kann sie ich habe sie noch aber wenn sie dann weg sind oder wenn sie wirklich mal kippen ein blick ist noch keiner gekippt aber so eine dürfte müssen dann auch irgendwann wirklich aufgebraucht werden auch wenn viele oder so wie ich man sagte nein nein aber muss muss weil sonst hat man irgendwann so und so schon nicht mehr den gleichen duft dürfte verändern sich grundsätzlich ob sie jetzt auch wenn sie nicht kippen also dürfte verändern sich grundsätzlich immer so das ist der punkt ja so ist das ja das war meine top 5 von david auf meine persönlichen also relax ist der sieger absolut geiler duft ganz schwer weil zino wirklich auch gut ist alle anderen auch aber zino und relax sind bisschen weit weg da oben und dann kommen die anderen ja das dazu ja dann schreibt mal rein ob ihr das so gut findet dann mache ich das auch mit anderen dürften marken brands wie auch immer da wird es aber schwierig aber manchmal wird es wahrscheinlich höllisch werden top 5 zu machen aber nützlich muss ich dann machen und ja leute bleibt gesund genießt das wetter heute sehr schönes wetter frisch aber sonne blauer himmel geil also leute macht's gut bis dann frögers dag Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020